Kann irgendetwas die Hydraulikpresse überleben? Die Stärke steigt mit jedem Gegenstand, bis die Hydraulikpresse besiegt wird? Bei Level 1 haben wir einen Kürbis, aber einen Kürbis ist ziemlich weich. Ich glaube nicht, dass der... Oh, oh nein, Leute, der Kürbis... Oha, sieht aber cool aus. Bei Level 2 haben wir einen Wecker, der ist schon mal härter als einen Kürbis. Aber nicht hart genug. Bei Level 3 haben wir einen Kartendeck und das... Oh! Da... Nein. Nein, reicht nicht. Bei Level 4 eine Dose Pepsi, aber... Oh, da war Schleim drin. Auch keine Chance. Wow, wie sieht das aus? Und bei Level 5 haben wir diese Metallkugel. Wenn ihr glaubt, dass die stark genug ist für die Hydraulikpresse, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wenn ihr glaubt, dass nicht mal das reicht, dann müsst ihr den Daumen nach oben geben. Und wir schauen mal. Und... Oh! Warte, wird die Kugel zerdrückt? Oder... Nein! Die Hydraulikpresse bricht einfach auseinander!